Musik Ah, es ist nicht gut. Commander Grant? Commander, wohnt an der Weltwand? Nicht jetzt. Wir haben im Moment eine viel dringlichere Sache zu besprechen. Aber Sir, Sie müssen doch zugeben, dass es äußert... Robin, du musst mir vertrauen. Die Zeit ist knapp. Dieses neue Verdächtungsgerät, Rux hat es mit Sicherheit im Weltall entwickelt. Das wissen wir und wir wissen auch wo. Wir hatten Recht, es bewegt sich. Und wie es aussieht, nimmt es direkten Kurs auf die Terra-Einklagen zu führen. Was? Ganz sicher? Commander, liebe Waffe von der Besprache. Was genau rücken wir darüber? Das ist furchtbar. Das nimmt Kurs auf die Terra? Aber warum denn bloß? Haben wir darüber irgendwelche Daten? Sir? Hallo? Commander? Schon wieder? Gina, hol ihn zurück! Was ist bloß mit den Geräten los? Immer dann, wenn es wirklich wichtig ist! Es hat also bekommen. Dann soll es wohl so sein. Seltsames Zeug. Was? Wait a second! Und jetzt? Und jetzt? Unglaublich. Es erzeugt immer neue Crawl. Was ist passiert? Äh, nichts. Mein, äh, mein Blaster ist losgegangen. Oh Gott. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Tut mir leid. Okay, ich bin dann draußen, falls du. Schön, gut. Bis später. Es reicht nicht, um damit zu arbeiten. Nicht derjenige André, wie man es am besten gegen sie einsetzen kann. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020